Marlen, Marlen vorbei an Tuta, Jakic muss raus, Marlen, Brandt hat ein bisschen Zeit, Brandt, Tor! 20. Minute 0 zu 1. Ja, auch wieder, jetzt dürfte er im Gesicht natürlich, aber dann, der tolle Angriff, wieder langer Ballwechsel, langer Seitenwechsel, die rechte Abwehrseite nicht besetzt. Hier geht der Verteidiger zu schnell hin, ab oben, ja, hätte eigentlich mitlaufen sollen, dadurch Überzahlspiel im 16er, ja, Brandt gut angenommen, volles Risiko, für Trappen unhaltbar, auch wenn er so auf den Mann kommt, aber von 8 Metern so ein Schuss kann man kaum halten, ja, das braucht man eben auch, dass unbändliche, wenn ich ein Glück gibt, auch für Russen, wenn man so viel sagt, aber schön. Keine Mannschaft gewesen, die den etwas längeren Weg schollt. Polo Mourney, Kamada. Kamada, Ausgleich! Frühe Führung, Essig. Der Mann, der, ja, praktisch drei Positionen gleichzeitig spielt. Aber überragend, was er spielt, auch wie er das Spiel von innen immer wieder aufbaut, aber er ist auch vorne zu finden. Schuss aus der zweiten Reihe und wie gesagt, schade, dass es für Frankfurt, dass sein Vertrag nächstes Jahr ausläuft, er könnte abläufen und frei gehen. Steht, wie ich weiß, auch bei vielen Top-Vereinen auf der Liste, ja, aber auch hier von Polo Mourney gut gesehen. Ja, und dann der Schuss, trocken jetzt langer Heck, unhaltbar für Kobo. Stinkemann hat jetzt hier durchgehend mit den Nachwirkungen des nicht gegebenen Elfmeters zu tun. Da kommt Berlinge, 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 1 zu 2. June Berlinge. Doppelpack gegen Stuttgart. Und heute wieder. Sie heben sich auf für die Momente. Und Berlinge verhedelt. Ja, und wieder Süle. Ausgangspunkt, ja, Top-Vers, Moukoukou. Die Youngsters haben wieder für das Tor gesorgt. Bongo hier, toller erster Kontakt zu Bellingen. Ja, macht es clever, Berlinge. Ruhe, dann mit linken Fuß im Abschluss. Wirklich toller Angriff, eingeleitet von Sülen. Mit dem Pass in die Tiefe zu Bokoukou. Ein Kontakt zu Bellingen. Und dann guter Lauf in den Strafraum. Und kurz dem Vertrag.